In Teil 5 befassen wir uns mit der Querschnittsdefinition. Bevor wir das machen, habe ich hier noch vergessen, diesem Panel einen Namen zu geben und das hole ich hiermit nach. So, haben wir das auch erledigt. Querschnitte lassen sich entweder im Grasshopper-Skript definieren oder im SOFiSTiK SSD. Hier, ich hole mal die bisherige Version dazu. Das sah bisher so aus im Bereich SOFiSTiK-Section gab es dort in der bisherigen Version 2022 eine Komponente, die hieß ReadSectionLibrary und hier in der aktuellen Version 2023 fehlt diese Komponente leider. SOFiSTiK möchte die Funktionalität in der Komponente ReadSection JSON bündeln. In meiner aktuellen ersten Version 2023 ist das aber noch nicht geschehen. Deswegen wäre jetzt hier die Definition auf der Grasshopper-Seite etwas mehr Aufwand umständlicher und deswegen habe ich mich entschieden, dass wir die Querschnitte im SSD definieren. Wie das mit der Komponente ReadSectionLibrary funktionierte und dann wahrscheinlich in ähnlicher Form in der ReadSectionJSON in künftiger Version funktioniert, das können Sie noch mal nachschauen in meiner anderen Grasshopper-Serie, wo es um die parametrische Spannbetonbrücke mit Grasshopper und SOFiSTiK ging. Das war der Teil 4. Wir gehen hier somit den Weg über den SSD. Ich habe ein komplett neues, leeres Projekt angelegt. Ich habe mich für eine Norm entschieden, das System auf 3D eingestellt und alles so gelassen, wie es angeboten wird. Die Materialien habe ich gelöscht, die hier defaultmäßig stehen. Auch Querschnitte sind keine vorhanden. Es handelt sich um ein leeres Projekt. Im Grasshopper-Skript werden wir uns einfach auf Nummern beziehen, auf Materialnummern und Querschnittsnummern. Diese werden wir hier ganz einfach jetzt definieren. Neues Material aus Normen-Familie und wir wollen einen Betonstahl, nein, einen Baustahl natürlich haben und ich wähle 2,35 aus. Dann Querschnitte. Hier können wir jetzt die Querschnitte definieren, die wir benötigen. Also Stahlbauprofil natürlich und dann Nr. 1 soll unsere Stütze werden. Da stelle ich jetzt mal ein HEB ein. HEB 160. OK. Dann wieder neuer Standard Querschnitt. Stahlbauprofil Nr. 2 sind die Rahmenriegel. Hier wähle ich IPE Träger aus. 270 z.B. Dann Nr. 3. Das soll das Traufe Profil sein. Wir nehmen mal ein Rohr, CHS beispielsweise und hier 101,6. Dann brauchen wir das FIRST Profil. Hier gehen wir, ja, nehmen wir von mir aus ein HEA 140. Jetzt kommt das fünfte Profil. Das werden die Sparren sein. Hier gehe ich auf IPE 140. und das letzte, das sind die Diagonalen und hier will ich einen Stabdurchmesser 12 auswählen. Somit haben wir die Querschnitte definiert und können hier einmal sagen, Rechner bis Querschnitte und gehen dann hier auf den Report der Querschnitte und können überprüfen, dass die Querschnitte alle in der Datenbank angelegt worden sind. Natürlich können wir später auch mit den Querschnitten spielen. Das heißt, wir können sie verändern und anpassen. Im nächsten Video werden wir im Grasshopper Skript die Strukturlinien definieren und dort die gerade angelegten Querschnitznummern zuweisen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.